Ich weiß nicht, ich muss vielleicht ganz kurz erwähnen, dass das Wipeout-Patch rausgekommen ist, man. Kann man das noch einbauen oder ist es zu lang? Ich weiß nicht, ich will ja nicht voll ausschreiben, ich muss sagen, dass es voll geil ist, man. Und, weil es halt auch extrem gut reinpasst, ja, aber eigentlich wollte ich einen AG-Racing-Podcast machen, aber ich finde einfach die Zeit, man. So einen kleinen Mini, den ersten deutschen AG-Racing-Podcast ist wirklich so ein richtig, richtig hart, richtig durchziehen, man, weiß ich, ich meine. Und, weil ich habe ja auch die CD bekommen von Cold Storage, der, ich weiß gar nicht, ob das sogar ein Deutscher ist, man. Der Komponist der ersten beiden Wipeout-Ton-Tracks. Also, Wipeout hat ja immer einen verantwortlichen Hauptproduzenten und dann halt viele Gastkünstler, also wie Prodigy and Chemical Brothers und so. Und es gibt einen, der so die Note vorgibt und der auch selber den Großteil des Soundtracks macht, also so, immer so acht Songs zum Beispiel von dem und sowas. Und der hat beim zweiten Teil nur zwei Songs dabei gehabt, die waren legendär und hat auch von einem der PSP-Teile, der war auch wieder Produzent, also sein Comeback quasi. Und der hat vor zwei, drei Jahren diese CD gekriegt hat und die habe ich dann jetzt bekommen. Leider genau an dem Tag, wo mein Internet zusammengebrochen ist, habe ich noch die E-Mail bekommen auf mein Handy in Gmail. Dass es jetzt endlich fertig ist und dass er mir dankbar sein Support und sich entschuldigt, dass er jahrelang nichts für sich hat hören lassen. Und die CD ist, die heißt Chill Out, ist aber so gestylt in der Schrift wie Wipeout. Und das ist richtig geil, weil er auch das Designstudio von damals quasi für das Cover-Art bekommen hat. Und jeder Track hat ein eigenes Cover-Art in dem Buckle, aber ich habe es halt nur als digitale Version. Und das ist halt alle seine Wipeout-Tracks oder eine große Auswahl davon in so Ambient-Chill-Musik-Style. Also nicht so fetzig, so schnell und sowas, sondern so entspannt machen, Chill Out. Und das ist richtig nice, das ist richtig nice. Ist zwar leider wenig Vocals, also er hat auch vieles von den ursprünglichen Vocals rausgenommen. Gerade bei zwei Liedern, wo ich es richtig, richtig fett finde, aber fett gefunden hätte. Aber es ist wirklich trotz allem richtig geil. Ich habe es auch gar nicht ganz angehören können. Aber es muss sich auf jeden Fall irgendwann irgendwo erwähnen, es muss es nicht heute sein. Ich glaube, du hast es gerade erwähnt. Ja, sind wir schon live. Natürlich sind wir live. Sehr gut, dann habe ich es ja schon abgehakt, Mann. Und genauso, wie ich es auch sagen wollte, habe ich es schon gesagt. Steff, mach es genau richtig, weil ich fange immer schon an, die Rosinen rauszupicken, bevor der Podcast überhaupt losgeht. Ja, deswegen, ich drücke einfach auf Record und lasse es laufen. Ah ja, du musst danach wieder runterleiten, dass es schon läuft. Ja, das ist doch super. Ich freue mich. Man! Es läuft ganz komfortabel, so wie ich es möchte. Man hört einfach mal im Gelaber zu, gerade da, wenn es passiert. Bro! Das VR-Patch, Mann, ganz kurz, das VR-Patch. Ja, nee, was geht, Bro? Ja, nein, rede über den VR-Patch. Das VR-Patch, Leute. Ich muss es vielleicht fast streamen, wie ich diesen Helm drauf aufhabe, Mann. Das ist einfach... Ich saß gestern Abend, als ich wollte ins Bett gehen um zwei Uhr, war mega müde, hab mir The Terror angeguckt zum Einschlafen auf Amazon. Und genau in dem Moment, wo ich pennen gehe, sehe ich halt so, wie der VR-Patch runtergeht, und ich sage, das darf nicht wahr sein, ist das jetzt die VR-Mission. Und als der Patch installiert war, siehst du halt unter dem Spiele-Icon im PlayStation 4-Menü, siehst du halt dieses kleine VR-Icon aufploppen, so kompatibel, so, oh mein Gott. Festplatte in die andere PS4 reingemacht, Wipeout in die andere PS4 reingemacht. Scheiße, Mann. Es ist wirklich passiert. Ich wusste nicht, dass es heute rauskommt. Niemand wusste es. Es ist nirgendwo, ich habe es nirgendwo gesehen. Aber gut, ich hatte auch kein Internet. Auf jeden Fall. Ja, ein Geschenk, weißt du. Ich bin wieder in Nets, Mann. Ich bin wieder in der Matrix, Mann. Und ich setze mir die Brille halt auf, voll, weißt du, richtig, nochmal richtig wach gewesen. Ich habe mich noch gewaschen und Zähne gepostet, diesen Tars, weißt du, wirst du wieder fit an, kurz mal. Und einen Drink geholt. Und ich setze mir den Helm auf, du siehst so dieses Titelbild. Ich so, voll nervös, so zum X-Druck. Und dann sehe ich schon, die haben das Titelbild verändert. So, die Gleiter fliegen auf dich zu, an 3D an dir vorbei. So, ganz langsam aber, in Slowmotion. Ich so, yeah. Ich gehe so rein ins erste Level und habe mir halt eben wieder Gedanken gemacht, was wird der erste Track sein? Und so, schon wieder voll durchgedreht. Weißt du, welcher Flash ist der Beste? Auf jeden Fall, das cool ist, du weißt doch, bei Wipeout, wie bei den meisten Future Rays dann auch, hast du am Anfang so ein Video, wie du die Stage halt siehst. Und das haben sich in der VR-Edition verändert, sondern du sitzt einfach im Cockpit. Und was nice ist, jeder Gleiter hat ein komplett eigendesigntes Cockpit. Und kannst dich halt einfach im scheiß Cockpit umsehen. Du hast einen richtigen Joystick in der Hand, du siehst die Armaturen auf der Anzeige, du siehst die ganzen Buttons für den Boost und so. Und guckst nach links aus dem Fenster raus. Und zum ersten Mal siehst du, das, was du vorher nur als Textur wahrgenommen hast, das sind jetzt immer noch Texturen auf Louis Kansas. Das ist ein verdammter, da kannst du Pizza kaufen. Okay, links kannst du Pizza kaufen. Rechts gibt es so einen Dessous-Laden. Weiter hinten gibt es einen Laden von diesem Racing-Team, so einem Racing-Technology-Laden mit irgendwelchem Schnickschnack. Also du kannst dich jetzt Schilder lesen. Du guckst nach oben, du siehst die Wolkenkratzer, du siehst die Drohnen über dich hinwegfliegen, du siehst das Publikum an der Seite stehen, du siehst, dass das tatsächlich halt echt stiere Sprites sind, weil in VR ist die Auflösung ja noch mal geringer. Aber du kannst dich einfach umsehen in dieser Welt. Die Sounds fliegen an dir vorbei. Es ist richtig, richtig geil. Aber nur wegen dem Intro der Strecke, oder wie? Nur das Intro der Strecke. Also du drückst X und dann geht es los. Weißt du, was ich meine? Okay. Also dann geht der 3, 2, 1. Und du kannst einfach vorher noch im Gletter chillen, solange du willst. Und es ist schon da. Ich war schon richtig gefesselt davon, wie viel es für mich zu entdecken gab. Die Architektur, die nimmst du ganz anders wahr, wenn du da richtig von unten, also wenn du da richtig mittendrin stehst. Also du kannst auch die Ansicht so wie normal im Spiel machen, dass du einfach hinter dem Gleiter bist, das ist halt dann 3D. Aber in dem Cockpit ist es abnormal. Okay. Aber nicht, wenn du raced. Also du kannst nicht, wenn du raced in deinem Cockpit dich umdrehen. Doch, natürlich. Na klar. Das ist ja das Krasse, weißt du. Du bist schon geflasht und du nur da drin sitzt, Mann. Weißt du, du sitzt da drin, es fühlt sich real an, es fühlt sich gut an, es ist alles sehr scharf. Also du kannst in die Kurve reinschauen dann quasi, während du kleidest. Ja, du sitzt richtig im Cockpit. Du sitzt, das ist der Traum, den ich damals hatte, weißt du, als ich Wipe-A-Dom mein erstes Spiel mit Alien Trilogy. Und ich war ja von F-Zero noch so geflasht, weil es von Kind schon gebrannt mag. Und dann dachte ich mir, ja, fuck, mein Future Racer, voll geil. Sehe ich das in 3D mit geiler Musik. Also ich bin da auch erst auf diese Musikart gekommen. Ich habe als Kind schon Metal gehört. Und das war dann so voll was Neues für mich. Und die Serie hat mich halt immer begleitet. Und das ist ja schon immer dann mein Traum gewesen, so als Kind und so. Wirklich selber, um mal in so einem Gleiter zu sitzen, Mann. Und Evan und ich haben auch schon Romanen darüber gelesen. Matthew Riley hat einen AG-Racing-Roman geschrieben. Der ist phänomenal gut. Und das geht jetzt. Steff, Leute da draußen, das geht jetzt. Das geht jetzt. Du sitzt in diesem scheiß Gleiter drin. Und wenn du spielst, du siehst halt die Tragflächen von dem Gleiter. Die haben ja so, du weißt ja, die Wipe-Auto-Gleiter aussehen, die haben ja immer so zwei parallel laufende, wie so Kanus eigentlich in der Luft. Teilweise nicht alle, aber... Ich weiß auch gar nicht, ob sie die umdesignt haben für die Cockpit-Ansicht, ob die nicht ein bisschen ummodelliert sind. Ich muss es nur nochmal genau analysieren. Ist auch geil, im Menü kannst du den Gleiter halt als 3D-Modell vor dir angucken. Das ist richtig fleischig. Und die haben auch die Strecke teilweise umdesignt. Das ist auch cool, also dass du halt manche Details siehst du halt jetzt anders. Die sind halt jetzt in der Innenseite der Strecke zum Beispiel anstatt außen. Aber das Geilste ist halt, dass diese Tragflächen, die schwanken mit, aber dein Cockpit bleibt in der Mitte immer gerade. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wenn du bei Wipe-Out früher aus der Ego-Perspektive gespielt hast oder andere Racing-Spiele in der HA hat und du drückst nach links, dann ist dir das Bild wirklich so schief geworden. Komplette Ding. Und wenn du dir das halt ein Ja geben würdest, das ist halt schon, da wird dir extrem schwindelig. Da wird dir ganz extrem schwindelig. Denn es gibt auch unterschiedliche Camera-Settings, und zwar Cockpit-Ansicht, dann Piloten-Ansicht oder eben Strecken-Ansicht. Das sind ganz feine Unterschiede. Ich hab's nicht ganz raus, aber bei der Piloten-Ansicht wird den meisten schwindelig, wird dabei gewarnt. Und tatsächlich muss ich sagen, wenn ich die Kamera auf Piloten-Ansicht mache, ist mir schon null weniger geworden. Aber, also das interessiert mich, was das genau ist. Hast du da einen Wobbly-Effekt dann von deinem Kopf drin, oder wie? Also... Ja, das Witzige ist, das hast du ja sowieso irgendwie. Also du hast ja... Ja gut, das könnte es sein, dass mein Kopf so hoch und runter schreit. Ja, genau, weil... Weil, dass du eventuell diesen Wobble-Wobble-Effekt hast. So könnte ich es mir jetzt vorstellen, einfach von der Beschreibung, ne? Dass du so ein... Wirklich wie Kopf auf Schulter und noch mehr so ein Bump-Feeling quasi hast. Ja, das könnte es sein, man. Das ist das ganz genau Trackdown. Jedenfalls, wenn du die Cockpit-Ansicht drinlässt und du gehst halt in die Kurve und dann schwankt halt der Gleiter mit, aber du bleibst gerade. Wie bei so modernen Seifer-Filmen, weißt du, dass das Cockpit immer so... Äh, gleich bleibt. Und... Ah, das ist so ein geiles Feeling. Leute, das ist so ein geiles Feeling. Du kannst dir richtig... Also ich hab schon mit langsam Geschwindigkeit angefangen, die... die Strecken teils reinzuziehen, darum zu cruisen, das ist abnormal. Aber wenn dann schon die erste Sprungstange kommt, es gibt eine Strecke, ja, Soul 2, da seid ihr auf einem... auf einer transparenten Glasstrecke, die an einem riesigen Wolkenkratzer in der Luft schwebt und ihr blickt auf die Stadt runter und da gibt's einen Sprung, Schatz, wenn ihr über diesen Berg runterkommt und dann auf dieses Start nach unten zu rast, in die Tiefe, mir ist es reingezogen. Ey, wie bei der größten Achterbahnfahrt, man. Wirklich, das ist ein Trip. Ihr habt eine Achterbahn zu Hause. Das ist abnormal. Es ist wirklich abnormal. So, jetzt hast du genug Werbung für Y-Wort gemacht. Welcome to High School Dropout. Yeah, welcome to High School Dropout. The Weekly Podcast. Und eigentlich wollten wir heute über was ganz anderes reden. Du wolltest über Tomb Raider reden. Ja, wollen wir mit Tomb Raider einsteigen? Wollen wir vielleicht lieber mit deinem oder wollen wir uns dein Thema bis zum Schluss aufheben? Ich glaube, mein Thema skippen wir einfach. Aufgrund der Laufzeit. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ich habe mich nicht mehr darauf eingestellt worden. Oh, okay, gut. Dann machen wir es auf jeden Fall. Dann wird es wieder etwas länger heute. Aber ich glaube, damit haben wir kein Problem. Ah, nee, lass uns mal mit Tomb Raider anfangen, weil ich glaube... Ja, gucken wir erst mal, was um Tomb Raider geht und dann können wir es nachher entscheiden. Tomb Raider. Ja, es gab einen neuen Teaser. Es gab einen neuen Teaser zu Tomb Raider. Also, zum Spiel. Genau, zum Spiel, zum neuen Tomb Raider-Spiel. Und zwar wäre hier... Also, zeitgleich ist auch ein Film erschienen. Der Teaser kam eine Woche später raus. Und der Film erzählt ja grob den ersten Teil wieder, so in mancher Hinsicht. Aber dazu kommen wir noch. Das Spiel ist auf jeden Fall der Abschluss einer Trilogie. Äh, von einem Reboot von Tomb Raider. Ja, und... Das heißt jetzt Shadow of the Tomb Raider. Ähm, der zweite Teil, hast du ihn gespielt, oder? Ich hab den zweiten Teil... Also, ich hab den ersten Teil gespielt. Ich hab den zweiten Teil gespielt bis zum Endkampf. Und hab dann aufgehört. Ich hatte... Also, nicht mal versucht. Ich bin ein einziges Mal gestorben, hab gesaved. Und, ähm, das mein Problem war, ich hab das in zwei Tagen bis dorthin gespielt. Ja. Und hab dann einfach eine Pause gebraucht und die Pause dauert bis heute noch an. Ja, ich kenn das mal. Wenn die Abschweifungen dann irgendwann dominieren. Ich hab's mir einfach zu sehr gegeben. Und ich bin ganz ehrlich, beim zweiten Teil hatte ich... Der erste hat mich total gepackt. Der zweite hat mich nicht mehr so gepackt wie der erste Teil. Ich kann's dir aber nicht beschreiben, aber es waren die ganz vielen wow und geil und boah Effekte, die ich beim ersten Teil hatte. Oder Momente, die ich beim ersten Teil hatte, die hatte ich beim zweiten einfach nicht mehr. Ich kann dir ganz genau sagen, woran das lag, weil mir ging's nämlich ganz genau so. Also ich find den ersten Teil phänomenal gut. Ich geb ihm vielleicht sogar eine 9 von 10, weil ich lieb das Spiel. Ich hab das zweimal auf PS3 schon durchgefetzt. War für mich eines der großen Abschlussspiele auf PS3 und sieht's, find ich, auch immer noch mega geil aus auf der PS3. Ich hab dem Ding eine 9 von 10 gegeben. ich sag immer PS3, PS3. Ja, ich hab dem Ding eine 9 von 10 gegeben. Ich hab eine 9 von 10, ja, 9 von 10. Ja, Killer, Killer. Ich würde interessieren, warum nur eine 9, weil ich würde es ja auch gar nicht sagen, warum ich nur eine 9 gebe. Sorry, ich seh grad Scheiße, 9 von 10, das ist die EMDB-Bewertung und das Sternchen daneben ist meins und es ist 10 von 10 schon gar. Oh la la. Ja. Ja, das Spiel ist aber fetzig. Ich hab's mir auch tatsächlich dann nochmal für PS4 gekauft, weil 5 Euro gab's, das im Store konnte ich nicht widerstehen. Ich wollte das Spiel in den perfektesten Einstellungen sehen und das ist ja richtig, also die Definitive Edition, die da nochmal rausgekommen ist, war richtig geil, Mann. Also, gerade am Anfang, wo es noch keine Uncharted gab, da gab's ja noch nicht mal The Order auf PS4, da gab's ja nur Metro und so ein Scheiß, Mann. Metro ist cool, keine Frage, aber es ist halt Last Gen. Sieht zwar geil aus auf PS4, aber Tomb Raider, weiß ich, ich brauchte Third-Person-Action, Mann. Und Tomb Raider, der erste Teil, ist richtig, richtig gut. Mir gefällt's eben auch, dass sie diese menschliche Note von ihr betonen. Dass sie eigentlich nur ein Student ist, zwar schon wagemutig und schlau und gerissen und gewieft, aber sie ist halt einfach nur ein Mädchen im Endeffekt. Ja, also eine junge Frau, sagen wir es mal so. Sie hat noch nie jemanden getötet. Sie war noch nie in so einer extremen Situation. Sie ist noch nie gefesselt, kopfüber aufgewacht zwischen gehäutelten Leichen, weißt du, über Stacheln mit tausend Wunden im Körper. Ja. So ein richtig geiles Survival-Feeling und das Spiel hatte ganz viel drin, Mann. Ich finde da auch ein bisschen Descent drin, das hat mir voll gefallen. Also man merkt schon, dass es aus England kommt. Ich fand das Szenario geil mit dieser japanischen, legendären, also Pseudo, es war ja kein, also sagen wir was, von nah an der japanischen Kultur, aber es war ja so ein anderes Reich quasi, so ein verlorenes Reich aus uralten Zeiten. Und das fand ich ein ziemlich geiler Backdrop und es hatte geiles Wald, vieles war organisch und das Problem beim zweiten Teil war, dass es zwar alle Elemente drin hatte, die der erste Teil drin hatte, fand ich, aber das Problem war einfach wieder diese extreme Offenheit der Spielwelt und die dadurch zu durchschaubare Struktur irgendwie. Ich weiß nicht. Beim zweiten jetzt meinst du? Beim zweiten? Ja. Es hat wieder, wie bei Horizon, weißt du, wo du in dieses Dorf kommst, dann kannst du hier Hühner fangen, das ist ja noch witzig, aber wenn es dann schon weitergeht, du willst natürlich alles sehen, du willst die Welt ja gründen, erforschen, aber es lenkt dich halt erstmal eine Weile ab, teilweise von, von der Main Story. Zumindest habe es ich dann so gespielt, ja, ich wollte ja die ganzen Tempel auch sehen, ich wollte auch die Story besser verstehen, alles waren. Weißt du, wie ich bin? Hat der erste Teil, Remember Me, hat der erste Teil Nebenquests oder überhaupt richtige Quests gehabt? Der hat das nicht, das ist zwar auch ein Open World, aber trotzdem relativ linear. Ja, du spielst linear bis zum Ende, aber du kannst halt in alte Bereiche zurückgehen und am Ende hast du halt sehr viele Bereiche, in die du zurückgehen kannst und du kannst da auch Sachen finden. Weißt du, es gibt natürlich auch Sachen zum Einsammeln und Tooms, die du erforschen kannst. Weißt du, solche Sachen, du kannst halt in der Welt Zeug finden, diese Satellitenkapseln, irgendwelche Schriftrollen, Schätze und im zweiten Teil machen sie daraus Quests. Genau. Also das gibt es alles auch, aber es ist mit Quests verbunden. Ja, und du hast im ersten Teil genau dieses Feeling nicht. Du hast im ersten Teil nicht dieses SideQuest, ich muss jetzt, ich sollte, und sonst was. Du kannst erkunden, du musst nicht erkunden, der Rest ist Story. Genau so. Ja, Mann, Hammer, ja, du hast es genau auf den Punkt gebracht. Genau dieser Punkt, der mich in seinem zweiten Teil so gestört hat, ja, weil der erste Teil hat das einfach nicht. Der treibt dich nicht dazu an, neben Quests zu machen. Richtig, richtig, richtig. Und der Witz ist, du siehst auch, du läufst auch an allem vorbei, das nimmt, also zwar nicht an allen Items, also die meisten Items musst du schon suchen im ersten Teil, das geht schon ab, mit diesem Instinkt, mit dieser Instinktsfähigkeit, wo du die Welt so grau siehst, finde ich auch richtig cool. Aber die Tooms, an denen läufst du fast immer vorbei. Du hast dir immer gesagt, hey, hier ist ein Tomb in der Nähe. Das finde ich auch cool, ist dieser Tomb Raider Instinkt, weiß ich meinen. Also du kannst auch dann einfach, das ist wie bei Metroid, ja, du sammelst das Zeug dann halt nach allen. Weil beim zweiten Teil ist es schon weitläufiger. Und ich finde den zweiten Teil aber trotzdem fett, also ich finde die Idee wieder richtig cool, weil es wieder so eine neuartige Kultur ist, so eine coole neue Idee. Kommen wir vielleicht noch drauf, kurz, wenn du willst. Aber das Hauptproblem ist, wie sie die Story inszeniert haben, passt halt auch absolut nicht zu dem Design von diesen Quests. Weil wenn du dem Story-Part folgst, ist alles sehr rasant. Also Hubschrauber jagt dich durch halbe Spiele und sehr viel Action und alles sehr condensed gehalten mit auch den anderen Charakteren, diesen, wie hießen die denn? Das war so ein Orden, quasi. Ich wusste vorher noch, sorry, hättest du mir aufschreiben sollen. Ist ja auch egal. Tridents oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß noch, dass es irgendwie dieser Hubschrauber da war und dann habe ich irgendwie zwei Stunden was anderes gemacht und bei der nächsten Zwischensequenz ist der Hubschrauber halt so, so bam, voll episch abgestürzt und so. Und ich dachte mir, hä? Ach so, das sollte jetzt quasi eine Jagd sein. Und ich habe halt übelste Abzeigungen genommen und halt klüft und was anderes. Weißt du, das ist halt das, das flowt nicht so gut, man. Hey, Verfolgung sagt, Pause mal. Ich muss ganz kurz in den Club gehen, ein bisschen updancen und danach gehen wir wieder weiter. Ja, und genau, das ist das, einfach, wenn dieser Flow von dem Spiel, von den Mainquests einfach so rausgerissen wird, also von der Storyline halt rausgerissen wird und das ist beim Ersten halt wirklich, die Story ist halt Bombe. Ja, und auch Bombe, richtig gut erzählt, stark erzählt, finde ich. Und die ganze Welt drumherum, die bietet halt die passende Atmosphäre und wie gesagt, du kannst halt suchen, aber du wirst nie gezwungen dazu. Und das ist so diese komplette Freiwilligkeit und ich finde, neben Quest Zwing einen auch dazu, sie zu suchen, weil du hast einen Questlog-Eintrag, du hast so eine To-Do-Liste. Ich meine, ich kenne das jetzt von der Arbeit her. Du gehst morgens ins Büro, du hast deine fünf E-Mails, du weißt dann, okay, das und das und das und das muss erledigt werden, du schreibst es dir auf seine To-Do-Liste. Dann hast du deine To-Do-Liste und der Abend ist einfach, der Feierabend ist nicht erreicht, bevor du nicht deine Liste abgehakt hast. Und wenn das Spiel dir genau das vorgibt, so eine permanente Liste, dann ist es für mich einfach Arbeit und dann geht der Spaß da halt irgendwie verloren. Wenn du jetzt aber in das Spiel einfach reingehst, du eine Story hast und du auf der Story reiten kannst und nebendran noch ein paar Dinge entdecken kannst, also so freiwillig entdecken, geil. Ja. Wobei ich sagen muss, es kommt drauf an, welchen Pay-Off, Pay-Off ist hier das Stichwort, diese To-Do-Liste hat. Und das meinte ich eben, dass die Inszenierung, ich denke, sie hätten es so inszenieren können, dass es gut gehen würde. Ich glaube nur, die haben den Bogen alle noch nicht richtig raus mit diesem Open-World-Design. Ich finde zum Beispiel Phantom Pain hat einen interessanten Weg gegangen, aber da hast du auch ein bisschen das Problem, aber da können wir anders mal drüber reden. Da ist es nämlich eher so minimalistisch gehalten, dass Storys aber cool, sowieso Impulse mit reinfließen. Aber ich denke bei Tomb Raider jetzt im Speziellen, ich muss schon sagen, ich habe ja diese Quest trotzdem gemacht, klar war da so ein Zwang auch dahinter, nicht desto trotz, wenn die Quests mir mehr über die Welt erzählen, also wenn es auch eine Welt ist, an der ich interessiert bin und ich dadurch einfach was sehe von der Welt, das muss nicht unbedingt so eine Story sein, das können auch Orte sein oder so, oder Zusammenhänge, die ich besser verstehe, oder Orte, die auf einmal eine Geschichte kriegen, oder einfach coole Schätze, weißt du, dann freut mich das schon. Also dann mag ich das auch, dass ich so einen Questlog habe, dass ich weiß, wo ich hinrennen muss, ungefähr, bei Fantasy, passt es halt perfekt rein, weil ich ja, wie ich es letztes Mal schon beschrieben habe, diese Fantasie von Noctis ja auch der Sinn ist, Final Fantasy, also die gibt ihm Kraft für den Endkampf quasi und da ist es richtig cool, diese Quests halt immer mal wieder zu machen und einfach noch mehr Details von dieser Welt in dich aufzunehmen. aber du musst es halt so strukturieren, dass es sich nicht gegeneinander am Weg steht und deswegen zum Beispiel richtig geil, war es in 15, ab Chapter 10 hast du, kommst du einfach nicht mehr zurück in diesen offenen Punkt, dann hast du nochmal 5 Chapter, wo die Story ihren Sog kriegt und bei Tomb Raider hätten sie das Village vielleicht mehr am Anfang machen sollen oder später in der Story. Ja. Aber, nichtsdestotrotz kann man das Spiel gut durchspielen, weil sie, glaube ich, das schon auch gemerkt haben irgendwie ein bisschen, denn wenn du nach dem Durchspielen das Spiel nochmal startest, also es ist nur meiner Spoiler jetzt, ja, dann ist sie wieder zurück im Dorf, weil sie ist noch dort und dann steht sie auf, also sie redet noch kurz mit einem und dann steht sie auf und sagt, jetzt ist es an der Zeit herauszufinden, was noch hier verborgen liegt. Weißt du, also es ist nochmal so eine kleine Zwischensequenz, wo es dann darum geht, was sie dann noch alles erforschen, da habe ich dann noch aufgehört. Das passt dann perfekt, um diese ganzen Quests zu machen und diese ganzen Sachen abzuhandeln. Ja, vielleicht ist das auch genau der Punkt. Also vielleicht sollte man das Spiel so spielen oder vielleicht sollte man erst die... Genau, man hätte einfach das Story folgen sollen und dann am Ende das erst machen. Ja, vielleicht sollte man aber vom vom Spieldesign her, ja, es gibt da so eine Theorie bei Spieldesignern, dass die Spieldesigner, die Spieler ja auch ein bisschen schützen müssen, ja, vor sich selbst, damit man nicht unnüchtig viel Zeit verliert oder damit halt der Eindruck gut bleibt. Vielleicht sollte man die Sidequests erst aktivieren, nachdem man einmal die Mainstory durchgespielt hat. You know? Ja, schon. Ja, schon. Sodass man wirklich am Anfang sagt, okay, nein, du musst dieses Spiel erleben, die Story, damit es dich packt und danach hast du eine ganz offene Welt und kannst 200 Sidequests oder sonst was noch machen. Nur mal so eine Idee in den Raum gestellt. Ich würde es, ich persönlich würde es, glaube ich, bevorzugen. Was auch interessant ist, Horizon, ja, da kommt bei mir auch wieder Open World und sonst was, ich habe ja erzählt, ne, Platin-Trophy und weil ich einfach dieses ich muss alles machen Feeling hatte, ich muss es abhaken, ich muss alles finden, erkunden, ja, aber auch die ganzen Sidequests, die ich dann bekommen habe, ich muss die einfach zu Ende machen. Ich hatte einfach diesen, ich will nicht sagen Zwang, aber es war mir irgendwie schon ein Anliegen, das zu tun, ja, und da auch nichts zu verpassen, aber dann gibt es halt Leute, so wie Evan, der jetzt auch hier die Let's Plays zu Horizon gerade macht, die ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen könnt, der einfach nur Main-Story spielt. Hammer, wenn man das durchhalten kann. Ich bin echt gespannt, weil ich, ich könnte das irgendwie nicht, ne, und ich hätte gerne, ich wäre bei Tomb Raider, glaube ich, auch beim zweiten Teil nicht enttäuscht gewesen, wenn ich nur die Main-Story gehabt hätte und danach eben hätte Sidequests spielen dürfen. Ich glaube, ich wäre damit glücklich gewesen. Oder eben, ich meine, ein paar Sidequests waren an dem Punkt, wo du erstmal drauf kommst, ganz cool, hier so ein Verletzten helfen und sowas, das passt dann rein alles. Du musst es gut dosieren. Es gibt eine Zauberformel, wie du es richtig gut machen kannst. Das heißt, Zauberformel, es muss halt, es kommt halt darauf an, was für eine Geschichte du erzählen willst. Wenn du jetzt eine rasante Jagd erzählen willst, dann geh nicht zu sehr ins Detail an der Seite. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ich muss sagen, bei Horizon ist es mir relativ gut gelungen, meinen Weg, also das so zu verbinden. Ja, ich habe auch am Anfang eher die Main-Story gemacht, weil ich was erfahren wollte, weil ich auch sie einfach kennenlernen wollte. Und dann bin ich so ein bisschen, habe ich so geguckt, was ist ja eigentlich noch so los und so. Und wenn ich in neue Gebiete gekommen bin, habe ich halt auch immer, weißt du, ich bin immer zum ersten Main-Story-Punkt gegangen und dann habe ich mir umgesehen, die Hunters Lodge gegangen und hier da mein Zeug angefangen und so. Ja, das mit dem Ein-Sammeln, okay, das habe ich mir echt bis zum Schluss aufgehoben. Sowas mache ich meistens tatsächlich erst ganz am Ende. Also ich bin schon einer eher, ich will so die Welt atmen, die mir derjenige präsentiert. Weil ich finde, die besten Videospiele sind immer noch die, die Videospiele, die eher so designgetrieben sind, als die, die eher technologiegetrieben sind. Also nicht so, was kann man alles für Sachen umsetzen, sondern einfach so, was, was will ich, ähm, was will ich dem Spieler persönlich geben? Ja, was, wo will ich ihn hinführen? Du musst schon so ein bisschen die Zügel in die Hand nehmen und ein Director sein, Autor und ein bisschen deinem Spiel einen Weg geben. Ja, es in deine Form, es in deine Form geben und nicht nur so eine Spielwiese. Weißt du, das machen ganz viele Spiele. Schnell verdammte Spielwiese, dieses Far Cry ist eine Spielwiese, also vor allem dieses mit dem Mammut und so, dieses Just Cause ist eine Spielwiese und es ist auch okay. Es ist auch okay, wenn du nichts anderes versuchst auszudrücken. Bitte? Der Goat Simulator. Ja, massenhaft, massenhaft. Aber im Endeffekt, im Endeffekt, es ist, es ist nicht persönlich genug. Weißt du, es ist halt Spaß. Und deswegen, wenn du schon so auf dem Weg gehst, Lara Croft aufbaust, wie so einen richtigen Menschen, bleib aber erstmal dabei. Ganz kurz, ich muss es leider sagen, ich muss es leider sagen, ganz kurz, Jaxa, da das mit den Nebenquests, wie die eingebaut sind, sind so richtig geil, weil die so unaufdringlich an der Seite, was passiert, so irgendeine Frau schreit halt rum, du kannst jetzt hingehen und gucken oder nicht, aber du kannst auch später noch hingehen. Oder jemand sagt, hey, hast du mal ein bisschen Zeit? Und der so, nee, hab jetzt keine Zeit für daraus. Dann sag ich, okay, aber hey, wenn du dir das alles überlegst, komm nachher vorbei. Und wie die einfach aufploppen, an bestimmten Punkten, wo du halt in bestimmten Vierteln bist, wo du bestimmte Routen laufen könntest, je nachdem, in welcher Laune du bist, ist voll nice, ist voll nice. Also ich weiß nicht, ich finde da immer den perfekten Weg, wie ich Main-Story, Side-Quests und Mini-Games und Pipa-Po so abwechseln kann. Du kannst so eine ganz organische Welt erschaffen, wenn du es gut miteinander verwehen kannst, wenn auch nicht gleich alles mitten in die Fresse verfügbar ist. Und deswegen, das, ja. Okay. Wollte ich nur was sagen. Okay. Ja, wir schweifen wieder ab, eigentlich wollten wir über den dritten Teil reden. Ja, also trotz allem, Tomb Raider 2 ist ein geiles Spiel, auch trotz paar Design-Schwächen. Ganz kurz, Tomb Raider 1, 9 von 10, bei mir, weil zu viele Menschen, zu viele Menschen werden geschlachtet. Wie jetzt? Also weil zu viele getötet werden oder weil zu viele da sind? Weil vor allem zu viele da sind. Also es macht zwar Spaß, gegen die zu kämpfen, es macht mega viel Spaß, aber es wird mir dann zu videospielmäßig. Du kämpfst halt gegen Soldaten, gegen Horden von Soldaten. Ich weiß, warum die dort sind, in der Story her, aber es sind viel zu viele von denen dort. Also es ist eine halbe Nation, was du da tötest. Du bringst mindestens 200 Leute rum. Alles schwer bewaffnete Killer, Mann. Ich weiß nicht, leuchte mir nicht ein, Mann. Ich glaube, es sind sogar Mary 200, Mann. Es sind richtig, richtig viele. Also was um Tomb Raider 1, alles tötest, Mann. Und im zweiten Teil, fand ich es gemäßigter, ehrlich gesagt, war auch noch da. Habe ich aber eher gecheckt mit diesen ganzen Teams, die da rumrennen, diesen ganzen Soldatenteams. Aber es ist mir insgesamt zu sehr im Fokus, diese, der neuen Remakes. Also sie sagen zwar, sie sind erwachsen geworden und das sind sie auch in viel gleicher Sicht, aber ich finde, da sind sie eher zu sehr auf diesen Action-Trip, Mann. Also in diesen pubertären Dingen drin. Ich weiß es nicht, ich kann es schwer fassen, aber guck mal, wenn du die alten Tomb Raider-Spiele spielst und ich komme auch gleich auf den Teaser zu sprechen, weil da ist eben ein Element von einem neuen Film, von einem neuen Spiel, da kämpfst du auch gegen Menschen. Aber du kämpfst im ersten Tomb Raider gegen vier Menschen und das sind alles Charaktere, die du in den CGI-Sequenzen kurz mal introduced bekommst. Und das ist auch viel geiler, dass die Menschen wirkliche Menschen sind und dass so ein Kampf gegen die ein wirkliches Event ist. Ein Mensch kämpft gegen einen Menschen, Mann. Zwei Abenteuer, zwei das und das. Und dass du nicht Horden von Bastarden umbringst, die halt alle Bastarder sind, Mann. Das ist mir dann wieder zu sehr Call of Duty irgendwie. Also weiß ich, das ist einfach dieses Moderne, was mit der PS3-Generation mitgekommen ist. Ja. Wie man halt Action-Spiele heutzutage macht gegen humanoide Gegner, militärisch. Das ist das, was ankommt, Mann. Das ist das, was Spaß macht. Das geht auch gut. Was heißt Action-Spiele heutzutage? Ich meine, früher hattest du einfach deine 2D-Plattformer oder sonst was oder du hast hier dein Contra etc. pp. Da hast du auch Horden niedergeballert. Und das gleiche ist einfach nur in 3D-Gemorpht. Ja klar, aber das ist ja nicht Contra, das ist Tomb Raider, Mann. Und Tomb Raider, sorry, aber das ist eine Legacy und es geht im Endeffekt um deine Umgebung und den Ort, wo du bist. Und das ist da immer noch drin, da ist es halt extrem, da ist es halt übelst viele Elemente und halt auch Gegner. Und du hast ja auch in einem Teil einen Gegner. Du hast auch Sölden und Soldaten gehabt. Aber du hattest auch Wölfe und Bären und das hast du zwar jetzt vermehrt in 1 und 2 gab es ein paar Wölfe und einen Bären. Im zweiten Teil gibt es noch mehr Tiere. Ich will auch nicht lauter Tiere schlachten, sondern ich will einfach, dass es eine Umgebung ist, die glaubhaft wirkt. Weißt du, die sich nach einem echten Abenteuer anfühlt, mit einem echten Ökosystem. Also nicht so, das muss nicht so mal so ausreferenziert sein, aber es muss stimmig zusammengebaut sein. Und dass du überall Typen mit tausenden von Knarren hast und die alle ins Däne wollen, dass du halt alle wegschlachtest, das ist zwar geil in dem Moment, aber es macht mir insgesamt die Welt so unstimmig. Es ist einfach unglücklich für mich, Mann. Dass da Armeen rumrennen, weißt du, und es kotzt mich auch langsam an, es kotzt mich in Uncharted an, dass es jedes Mal in irgendein Dritte-Welt-Kriegsland geht. Das ist ja zwar cool für einen Abschnitt des Spiels, aber es muss nicht so dominant sein. Ich will nicht nur, ich will einfach mehr, weißt du, so Rätsel lösen und mich mit Kreaturen auseinandersetzen, die ich nicht ganz verstehe, die vielleicht auch nicht ganz bösartig sind oder eben die halt wild sind. Tiger, Raptoren oder Mumien, sowas mehr. Und dann auch nicht zu viel davon. Weniger Menschen, mehr Mumien. Ja, ich meine, guck mal, gut, ganz kurz, du hattest es ja auch in Tomb Raider 1, hier, Spoiler, hattest du halt Geister-Samurais. Ja. Und Tote-Samurais. Das war auch geil, die haben sich auch anders verhalten wie die Menschen und so. Aber im Endeffekt hast du halt weiterhin humanoide Gegner. Und der Trend ist genau der gleiche bei Tomb Raider 2, da kommen halt am Ende so, ja, was war denn das am Ende nochmal? Ja, so Nekrowesen halt, so Mongolen-hafte Wikinger, ich weiß gar nicht mehr, es waren so Griechen, es waren auch so alte Griechen im Endeffekt, das ist eine alte babylonische Kultur oder griechische Kultur, die sich ja in die Mongolei verstands hat, was eine mega geile Idee ist, also die ganze Story aufzuarbeiten in Tomb Raider 2, Rise of the Tomb Raider ist richtig, richtig cool. Das fand ich ja schon beim ersten Teil cool. Also ich fand diesen Mischmasch ja an sich cool, diese alte japanische Kultur, die verflucht ist und verwoben mit diesen ganzen Gestrandeten, die da ihr Outlaw-Dasein fristen und so ein eigener Kult schon geworden sind, das ist schon richtig cool gewesen, so vom ganzen Vibe. Aber dieses endlose Gemäsel, das ist bei Encharted genauso. Das ist genau das gleiche, Mann. Humorien die Gegner, und wenn was Übersinnliches kommt, dann sind es halt so, so, so die Zend-mäßige Höhlen-Zombies oder sind halt sind halt mutierte Ureinwohner auf dem Dschungel oder so, weißt du, warum nicht mal was völlig anderes machen? Man kommt nicht ein scheiß T-Rex um die Ecke. Ja, ja, ich weiß das immer. Ja, ja, wobei, naja, aber der dritte Teil. Lass uns mal auf den dritten Teil zu sprechen kommen. Ja, also Teaser, was sieht man? Ich weiß es nicht, sagst du es mir, ich habe den Teaser noch nicht mal gesehen, ich habe nur den YouTube-Video Teaser jetzt kurz gesehen. Also, er geht auch nur 31 Sekunden und du siehst halt La Croft durch den Dschungel rennen, du siehst einen Soldaten in voller Dschungelmontur mit so einem Abzeichen, mit einem Schwert. Ich glaube, das ist auch wie diese Trinity-Orten oder man weiß es nicht ganz genau, man hört gerade ab darüber. Aber das siehst du halt schon, das ist das, worauf ich mit diesem langen Introduction hinaus wollte, du siehst halt schon wieder. Soldaten, das ist echt ein scheiß Soldaten jetzt als allererstes Mal. Ich meine, jetzt mal ehrlich, es ist Tomb Raider. Ich meine, es wird noch besser, also es wird wieder besser, du siehst, du siehst eine Pyramid im Amazonas. Also, es ist auf jeden Fall eine aztekische Sache oder halt eben südamerikanische Sache. Und das sieht auch richtig cool aus. Sie steht dann nachher auf der Pyramid. Du siehst auch, dass unten aber Menschenmassen stehen. Ich kann nicht genau erkennen, ob es Touristen sind oder ob es tatsächlich irgendwie eine Underworld ist oder so. Oder Zombies. Zombies. Und Monduntergang, also Sonnenfinsternis ist ein ganz großes Thema. Das hast du schon im Logo, das Tomb, da ist schon eine Mondfinsternis. Und du siehst halt im Trailer mehrmals, wie der Mond sich langsam vor die Sonne schiebt. Sieht sehr cool aus, das ist glaube ich alles aber CGI. Und ich finde das das Szenario schon mal geil. Also Dschungel ist jetzt überfällig, finde ich. Wir hatten jetzt zwei coole Sachen, aber hey, du willst endlich wieder Pyramiden erforschen. Also entweder wüsste Dschungel muss das sein. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, sorry, aber du hast nicht viel Auswahl in solchen Adventure. ich entdecke oder ich begehe unentdecktes Land auf der Erde Szenarien. Du hast nicht viel. Was mal richtig geil gewesen wäre, Tomb Raider, mitten in der Großstadt. Aber das hatten wir halt auch schon, früher halt. Aber jetzt nochmal, jetzt nochmal, weißt du, so richtig mit alten Kellergewölben unter der Stadt und so und keine Ahnung, Nebenschächte in U-Bahn Linien oder sonst was, wo du dich durchsprengen musst und keine Ahnung, irgendwas in diesem Szenario. Würde ich total interessant finden. Aber ja, vielleicht gibt es da so einen zweiten Partner drin auch. Sie müssen es halt echt gut hinkriegen. Also ich finde, also wie gesagt, es gab es ganz viel bei Tomb Raider 3 und 5 glaube ich und auch so bei diesen, gab es ja schon mal einen Reboot von Crystal Dynamics von selben eigentlich die jetzt Reboot gemacht haben und da gab es auch Tokio und England und alles mögliche. Aber jetzt mit der jetzigen, wie die Levels gestaltet sind in Tomb Raider in der neuen Reboot wäre das schon richtig geil, Mann. Auch von der Atmosphäre. Du könntest von Hellboy-mäßig abgehen, dass es richtig weit runter geht, Mann. Weiß ich mal, richtig weit runter. New York. Einen ganzen Kilometer. Underworld und in New York, Mann. Necrocity, ey. Eben, ja. Das wäre doch mal richtig geil ohne Witz, Mann. Hammer. Das wäre richtig fett. Aber ich weiß nicht, ob das der richtige Punkt ist jetzt schon. Wobei es schon nice wäre, jetzt muss ich drüber nachdenken. Was ich cool finde in den ersten beiden Teilen, dass sie einfach versucht haben, nicht gleich diese ausgelutschten Pfade gesehen zu gehen, Ägypten. Ja, oder was auch. Ägypten ist ja das Hauptding oder Atlantis oder so. Ich fand das richtig nice, dass sie mal so eine mystische, japanische Kultur genommen haben und das verwoben haben mit so einem Bermuda-Dreieck-Ding. Das fand ich eigentlich mal was. Das war noch nicht ausgelutscht. Ja, das war mal fresh irgendwie. Es war auch ein bisschen unheimlich. Also es war auch sehr unheimlich der Reise. Und war halt düster. Beim zweiten Teil fand ich es auch geil. So nehmt Schnee, Mongolei, aber du bist eigentlich auf der Suche nach den uralten antiken Zivilisationen aus Griechenland, die da verflucht war und tiefs in den Höhlen ihre neue Stadt aufgebaut haben. Hammerste Idee, man. Es war richtig cool, wie die Kulturen halt auch so verschmelzen. Du hattest doch schon im ersten Teil. Du hattest ja nicht nur die ganz alte Zivilisation, sondern du hast ja die ganzen Layer der Geschichte mitgekriegt. Du hattest diese zweiten Weltkriegsbunker und so Soldaten, die lebt haben. Du hattest verschiedene Schiffe, so die Überreste von denen gefunden. Und die Files werden ja auch vorgelesen bei Tomb Raider. Das finde ich auch richtig nice. Aber ich meine, es gab ja auch so Bunker aus dem zweiten Weltkrieg in Tomb Raider im ersten Teil. Aber jetzt nochmal zurückzukommen auf den dritten. Was erwartest du jetzt vom dritten? Also ein anderes Szenario, okay, aber du befürchtest, es ist genau die gleiche Ballerei. Ja, das Problem ist halt, ich mag die Entwicklung von Lara Croft in dem Reboot und ich finde, jetzt ist es halt an der Zeit, dass sie zu der wird, die sie sein sollte, weil du hast jetzt so eine Origin-Story eigentlich gehabt. Okay. Ich finde schon, es sollte so nicht so ein ausgefallenes Sache sein, sondern auf jeden Fall was Großes. Es muss ein großes Abenteuer sein, das groß angelegt ist. Und ich finde, Amazonas kennen wir zwar schon, aber es ist noch nicht perfekt umgesetzt worden, finde ich, in Videospielen. Das ist das richtige Spiel, wo du dieses Südamerika-Feeling hast. Das fehlt mir noch ganz arg. Also mir fällt keins ein, wo das... Uncharted? Richtig geil war. Ich weiß nicht, Uncharted, Mann. Ich weiß nicht, was genau Uncharted ist, Mann. Also Uncharted, im ersten Teil hast du halt auch so Insel, Inselvölker halt. Ja, du kriegst nicht wirklich was mit von der Kultur, die da dahinter steht. Du bist halt auf der Suche nach Francis Drake und du siehst ihn. Aber du weißt nicht wirklich viel über die Völker dort. Beim zweiten schon mehr mit Shangri-La und so. Da war ein bisschen was drin. Das war schon nicht, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Aber das war halt ja wie in Tibet. Das war halt was anderes. Was gab es denn beim dritten Teil? In der dritten Teil war Wüste. Wüste eher so. Wüstig. Wüstig. War das Wüste? Weißt du, das Tomb Raider, also das Shadow of the Tomb Raider hatte schon so ein bisschen diesen Apokalypto-Vibe. Und du weißt ja, dass Tomb Raider das neue ja auch nicht davor zurückschreckt, ähnlich blutig zu sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da wieder ein richtig intensives Survival-Abenteuer draus stricken. So, ich hoffe halt, dass es nicht zu viel Guerilla-Krieg wird. Aber wenn es Guerilla-Krieg wird, dann sollte es auf jeden Fall, sollte sie endlich ihre beiden Pistolen benutzen. Oh ja, Apropos beide Pistolen. Ja, kommen wir mal zum Film. Ich habe jetzt lang genug geredet. Kommen wir mal zum Film. Sorry, ja. Ne, kein Ding, kein Ding. Ja, da gibt es auch so diesen schönen, soll ich spoilern? Ich spoiler, ich spoiler. Also es ist keine richtig Spoiler, aber es gibt einen Gag einfach. Also sie benutzt tatsächlich den Bogen im Film, ja, weitestgehend. und zum Schluss, als alles vorbei ist, siehst du sie halt noch irgendwie so in der Stadt rumlaufen, sich aufrüsten und keine Ahnung was. Dann gibt es auch einen Run, oder dann gibt es halt einen Gag mit Charakteren, die vorher im Film aufgetreten sind und dann kauft sie sich dort in so einem Pornshop halt zwei Knarren. Also ihre zwei Knarren. Und ja, und damit ist der Film dann halt eigentlich, das ist so die Final Scene im Film. Ansonsten ist der Film eigentlich im Prinzip ziemlich stark inspired vom ersten Teil. Und ich finde eigentlich auch für eine Videospielverfilmung ganz solide. Ich meine, auf IMDb mit 6,8 Punkten, ja, okay, passt schon. Schneidet auf jeden Fall besser ab. Und deswegen habe ich so vorher so gesagt, oh mein Gott. Er schneidet auf jeden Fall besser ab als Pacific Rim 2. Und das finde ich schon krass so. Aber gut. Hätte ich jetzt ganz anders erwartet. Aber ja. Ansonsten, Tomb Raider, der Film, wir hatten es glaube ich mal in unserem Moviecast auch mal angesprochen. Oh, warte mal ganz kurz, das habe ich noch gar nicht computed. Wie schneidet Pacific Rim 2 ab? 6,0. Ja, gut. Das ist für mich schon, das kann alles möglich sein. Ja. Ja, 6,8 auf Tomb Raider. Also ja, das ist immer noch, ich weiß nicht, ich gebe nicht so viel auf die Bewertung von IMDb, aber es ist schon ein Indikator. Du kannst schon sagen, okay, wenn ein Film dort 9 oder höher oder 8 oder sowas scort, dann weißt du, okay, das ist in der Regel ein Film, wo es nicht so viel zu diskutieren gibt, ob der jetzt gut ist oder nicht gut ist, sondern eher, ob er extrem gut war oder halt nur gut war. Ja, das hat so eine ganz andere Perspektive. Ja, egal weiter. Also ich bewerte eh bei vielen komisch durcheinander. Ich habe auch viele Abwertungen, also viele sehr große abweichende Wertungen, aber das ist dann halt noch persönlicher Geschmack. Aber ich meine, wenn ein Großteil, weiß nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt noch nie einen Film gehabt, zum Beispiel, der mit 8 oder höher bewertetet war, wo ich gesagt habe, der war total schlecht. Ich glaube, das habe ich ganz selten gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, egal. Lass uns zurück zu Tomb Raider springen. Ist eigentlich ein, ich meine, du hast ihn ja noch, du hast ihn nicht gesehen, ne? Nee, 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 nee. Was mich halt interessiert ist, ob er dieses, also mir gefällt, ich habe den Trailer gesehen, was mir gefallen hat, ist, dass das relativ realistisch anmutet. Sie kam mir ein bisschen zu tough vor, ich weiß nicht, mich würde interessieren, ob sie vielleicht, ob sie schon am Anfang so tough ist, oder ob sie auch wirklich erst so tough, also so stärker wird und rauer wird und in diesen, in diesen, ich bin jetzt ein Survivor und ein Jäger, ob sie in diesen Vibe so rein wechseln im Film, ob es diese Entwicklung da gibt oder ob sie schon von vornherein, also dass sie irgendwie, wie gesagt, schon gewieft ist, soll sie feststellen, aber ist sie schon die Lara Croft? Weiß ich mal, Nein, 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 also sie fängt ganz soft an eigentlich, warte, was heißt soft, soft ist jetzt, nein, sie ist schon tough, so ein toughes Mädchen am Anfang, oder eine toughe Frau, aber, aber sie ist jetzt noch nicht die Lara Croft, das ist eher so, dass sie am Ende, am Ende hin eben zu Lara Croft wird, so im Filmverlauf, aber der Filmverlauf orientiert sich so ganz grob am ersten Teil des Reboots, fängt aber anders an, also am Anfang sie ist Fahrradkurier und so in der Stadt und, aber das finde ich okay, das finde ich cool, das finde ich cool, das passt rein, hat kein Money, also eigentlich hat sie Money, wenn sie ihren Vater für tot erklären würde, ja, dann würde sie erben, hätte er richtig viel Geld und so, aber im Prinzip hat sie kein Money, sie lebt halt von, von ihrem Fahrradkurierjob und, äh, geht irgendwie nebenher boxen oder kickboxen oder so und trainiert dort und, ja, ähm, macht sich dann irgendwann mal auf den Weg, ja, du musst mir nicht was erzählen, ja, nein, nein, nur ganz kurz als Recap, ob sie dich gut anfühlt, ich, nur ganz kurz als Recap, sie macht sich dann halt irgendwann mal auf den Weg, auf die Spuren von ihrem Vater und dann kommt sie halt auch zu dem, zu dem Punkt, ne, Insel und, äh, hier alte japanische Göttin des Todes und sonst was und, ähm, ja, im Prinzip verliert sich dann der Film ab der Hälfte ungefähr, einfach in, in, in einem wirren oder unkoordinierten ein bisschen was Action Stuff, ähm, der Aufbau vom Film ist relativ gut, ja, also die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde, die erste Dreiviertelstunde, finde ich, war relativ interessant, war eine neue Perspektive, hat auch gepasst, äh, gibt ein paar richtig gute Action und Verfolgungsszenen und so, die jetzt nicht so dramatisch spektakulär sind oder sonst was, aber halt irgendwie schon decent, also, wo es halt einfach passt, bis sie dann zu der Insel kommt, dort gibt's dann eine Schlüsselszene und ab da anfühlt sich das ganze Ding, die Charaktere sind dann auch nicht mehr, ihre Gegenspieler, ähm, sind dann echt nicht mehr toll, diese, diese, Matthias, den, den du dort auch triffst, ich meine, im ersten Spiel hieß er auch Matthias, ja, der Böse auf der Insel, gell, ich denke, ich denke, doch, zumindest kam der, der Name ist auch bekannt, vielleicht irgendwie, das ist dann alles nicht mehr, da fehlt's einfach an Substanz in den Charakteren irgendwie und dann geht, dann plätscherst du nur noch vor sich hin und das war's dann im Prinzip, also ich, ja, schade, also nicht so ganz der Burner, nee, nicht so ganz der Burner, es ist Qualität da, es ist wirklich Qualität da und es fängt auch wirklich gut an und danach verliert sich der Film einfach irgendwo und es ist schade. Ich glaube, das ist ganz oft jetzt in letzter Zeit gewesen, in der Videospielverfilmung, also, dass ein guter Anspruch da ist und dass auch genug filmisches Know-how da ist, einen Film aufzubauen, aber das, dass so der essentielle Punkt an der, an der Geschichte, den, der, in dem Film fetzig, weißt du, hervorgehoben werden soll, dass sie den einfach nicht wirklich gefunden haben. Weiß ich mal. Ja. Also in ihrem Schaffen, das Spiel als Film hinzubringen, dass sie da so ein bisschen, ja, da noch ein bisschen reinnehmen, da noch ein bisschen, wir wissen nicht ganz, hoffen wir, dass wir es irgendwie hinkriegen. Es ist ein Spiel, da hast du auch mega Schauspieler, diesen Michael Fassbender und jetzt hast du Alicia Vikander und du hast auch fähige Leute, es ist noch fähige Regisseure, da teilweise dran, recht hohes Kaliber, aber, ja. Nee, eben genau, das ist das Problem, Regisseur ist ja genau mit eines der Probleme, also es gibt eigentlich zwei Probleme an dem ganzen, erstens mal, du hast in so einem Videospiel einfach viel mehr Zeit für Storytelling und es dauert viel länger als jeder Film und die Hauptstory von dem Videospiel sind eben nicht zwei Stunden Film, so, das ist der erste Knackpunkt an der ganzen Geschichte, das heißt, wenn du das Ganze verfilmst, musst du kürzen und wenn du kürzt, dann ist das Ganze immer ein Wagnis, wo kürze ich, wo kürze ich richtig, deswegen sagen auch viele Leute immer, das Buch ist meistens besser wie der Film und es ist schwierig, ein Buch richtig gut zu verfilmen, weil wenn du nämlich ein Buch hast, wo du, keine Ahnung, als Hörbuch, ja, wenn es jemand vorliest, 14, 15 Stunden Zeit investierst und danach in zwei Stunden einen Film draus machst, ist das Storytelling halt einfach meistens schwer wieder umzusetzen. Ja, aber da möchte ich ganz kurz einhacken, weil das geht trotzdem, es geht trotzdem, wenn du dich auf einen bestimmten Aspekt fokussierst. Ja, genau, aber das musst du halt machen und das musst du halt gut treffen, aber das ist eine Herausforderung, die du einfach meistern musst, also das geht nicht out of, da gibt es kein Pauschalrezept, wo man sagen kann, so, das machen wir jetzt einfach und fertig und das funktioniert immer, das ist eine Kunst, das richtig zu tun. So, und dann ist der nächste Punkt, ja, du hast Alicia Vikander, die eigentlich eine extrem gute Schauspielerin ist, muss aber ganz ehrlich sagen, von der reinen schauspielerischen Leistung in dem Film wird nicht viel gefordert, denke ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass da wirklich viel gefordert wird, also das hätte auch jemand anders spielen können, was sie auszeichnet, das ist eher, wie durchtrainiert sie in dem Film ist, ja, und das ist natürlich halt ein bisschen Plausibilität auch für die Lara Croft-Figur halt gibt, weil sie dann schon einiges dann zahlt reißt und man sich dann schon vorstellen kann, okay, gut, wenn ich jetzt hier so fit wäre wie sie, dann würde ich das auch noch hinbekommen. Ja, und zum Regisseur, ich muss dir ganz ehrlich sagen, musst du, ja, weiter. Genau, und zum Regisseur möchte ich noch sagen, Roar Uthag heißt er und ist ein norwegischer Filmregisseur, der jetzt eher so, ja, norwegische Filme, so drei Stück, glaube ich, produziert hat, nein, Hast du den gerade beraten? Mich interessiert, ob ich einen davon gesehen habe. Ja, warte, ich suche gerade nach den englischen Titeln, Cold Ray, Prey, heißt der eine Film, The Wave und Escape. The Wave habe ich hier in meiner, habe ich hier, glaube ich, auf Amazon Prime, oder auf Netflix, die Todeswelle. Genau, der ist da irgendwo, könnte man sich mal reinfetzen, Escape weiß ich gerade nicht, aber den habe ich vielleicht gesehen, Cold Ray auf keinen Fall, aber ich muss dir sagen, ich finde norwegische Filme phänomenal gut. Ja, also, Hammerste Filme dabei, Mann. Und, bei, ich habe ihn halt vorhin auch auf Assassin's Creed halt angespielt, das war eben der Schauspieler, der auch, eben auch mit Michael Fassbender, äh, der Regisseur, der mit Michael Fassbender zusammen den Dinger gemacht hat, den Shakespeare-Film, hieß der nochmal. Äh, ach, Hamlet, nein. Hamlet, genau. War es Hamlet? Ja, doch, doch. Ja, schon. Ja, und ja, hat beim zweiten Mal nicht so gut funktioniert. Es war auch das gleiche Thema, so weißt du so. Ist ja auch auf jeden Fall egal, was ich, was ich denke, was den Film gerettet hätte oder wie sie, also, weil es hört sich von mir schon wieder so an, dass sie halt sich wieder auf viel zu oberflächliche Aspekte konzentrieren. Also, ganz ehrlich, interessiert mich den Scheiß mal an, ob sie durchführen. Ah, es ist einfach, es ist einfach ein 0815-Film. Es ist einfach ein 0815-Film, der einfach decent gemacht ist, wo Lara Croft einfach als Top-Eck mit aufgenommen worden ist, oder, was einfach so ein bisschen mit auf der Welle reitet. Ich meine, ganz ehrlich, du hättest ihn auch irgendwie anders nennen können. Klar, das Setting, das passt, du hast eine Vorlage, das passt alles. Aber dann, ja, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, dieser Charme, dieser letztendliche Charme, den die Games rüberbringen mit dieser Figur Lara, der blitzt da halt wirklich in der ersten Hälfte auf und versickert danach, weil wir mussten zu einem Ende kommen. Ich finde, was die Story von der neuen Lara Croft auszeichnet, ist tatsächlich das, dass sie, dass der Tomb Raider in ihr wacht. Der Tomb Raider ist für sie, glaube ich, eher so eine andere Identität, ein anderes Ich, eine andere Wahrnehmung der Welt, ein Instinkt, den sie von ihrem Vater geehrt hat, ein Weg, den sie nehmen kann, und der sie auf eine ganz andere Realität bringt. Weil da ist sie nicht mehr in der Stadt, die Forscherin oder dies und das, sondern sie ist da draußen in der Wildnis. Sie muss sich auf ihre Instinkte verlassen, sie muss überleben, sie muss diese Welt meistern. Und ich denke, der erste Teil, der lässt sich so geil umsetzen, wenn sie ihn einfach, wenn sie sich auf die insgeheime Vorlage vom Tomb Raider Reboot berufen hätten und es ein eher Descent-mäßiger Film geworden wäre. Ja, ja. Wirkliche Jagd durch die Welt. Definitiv. Und wie sie sich das Zeug zusammenschraubt und wie sie wirklich Leute killen muss, wie sie Tiere jagen muss. Sie muss gar nicht so viel reden. Sie kann halt zwischendrin mal einen anderen treffen von ihrem Team und fuck, die sind noch da und so, aber das muss richtig, wow, das muss richtig, richtig, richtig Prater-mäßig sein, man. Ein richtiger Dschungel-Survival-Trip. Ja. Und dass sie in so ein Tomb, da muss sie rein stolpern und dann findet sie da irgendwas, was sie einen Eindruck verschafft von dem, was am Hintergrund schlummert. Und es kann dann vielleicht am Ende so gruselig auftauchen oder so. Du weißt, ich meine, das sollte halt so sein und nicht versuchen, alles mit reinzubringen, man. Voll und ganz bei dir. Das wäre richtig, das wäre ein geiles Filmkonzept gewesen, wenn du es richtig daraus einen düsteren Survival-Film gemacht hättest. Und ich glaube, dann hättest du nämlich auch den Spirit, den das Game catcht, weil dieses Rumgeballere, so wie du es vorher beschrieben hast, dieses Rumgeballere und irgendwelche Menschen töten und sonst was, das ist halt nicht Tomb Raider alleine oder das, nein, das ist nicht wirklich Tomb Raider, das ist nicht die Quintessenz des Ganzen, und das ist nicht dieser Charakter oder dieses Feeling, das du auch hast. Dieses Feeling kommt immer aus diesem Survival-Aspekt. Lara alleine in der Wildnis da draußen. Genau. Und das hätte man, das wirklich, das hätte man catchen können. Und selbst mit dem ganzen Intro, mit diesem hier Fahrradkurier sein und mit allem, was davor war, hätte man es dann catchen können, weil es dann halt diese eine Schlüsselstelle gibt mit dem Schiffsbruch, wo die selbst auf der Insel strandet und ab da geht der Film halt auf 0815 Action aus, ja, und ab da hättest du eigentlich den Film anders drehen können und ab da, gebe ich dir vollkommen recht, hättest du richtig einen düsteren Film draus machen können. Aber dann, da warst du schon, da warst du schon bei 45 Minuten Spielzeit oder so gefühlt, ja. Also, das war schön, der Aufbau dorthin, aber dann bist du eben bei dem Punkt, wo du, wo du halt irgendwann mal zum Ende kommen musst, weil du weißt ja selbst, wie es ist, ne. Die Leute können nicht drei Stunden im Kino sitzen bleiben, die Leute können sich nicht einen diepen Film reinlassen, das geht halt nicht, die Leute sind damit überfordert, ähm, ja. Und dann, kannst du auch in 90 Minuten einen diepen Film hinlegen, das geht man, oder 100 Minuten. Ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich, ich würde die erste Hälfte des Films aber auch nicht müssen wollen, weil die ist wirklich gut. Also, die erste Hälfte des Films ist wirklich nice und die, die beschreibt diesen ganzen, den, den Charakter Lara Croft auch irgendwie ganz gut und die machen die erste Hälfte des Films, es macht einfach Spaß auch anzuschauen und wie gesagt, ab dann hätte der Film einfach eine knallhart andere Wendung oder einen knallhart anderen Pace, einen knallhart düsteren Einschlag haben müssen. Sie versuchen so ein bisschen, aber ey, wirklich, das ist in die Ellen Jones leid, ja, so ungefähr, ab da. Das habe ich eben befürchtet. Ich meine, ich habe jetzt vorhin ein bisschen viel rumgehakt auf dem Gemessel gegen Menschen, was ich dem Ganzen zugutehalten muss, in dem Moment ist es richtig geil, weil es einfach diese intensive Situation ist, die kommen dir richtig nah, die kommen dir in Nahkampf, die jagen dich über die Insel, die hassen dich dafür, dass du ihre Kameraden umgebracht hast und dass du es überhaupt gewagt hast, weißt du, sie anzugreifen, und die sind ja sowieso alle durch die Hölle gegangen dort, also das ist schon ein geiles Feeling, sich gegen diese Menschen durchzusetzen und ich habe das auch richtig geliebt im ersten Teil, wie sie am Anfang noch, wie ihr noch schlecht wird, ja, wenn sie jemanden umgebracht hat oder wie sie richtig auch Angst hat und zittert und Schmerzen hat und sie kotzen muss oder heulen muss, als sie das Tier umbringt und alles mögliche, also ich finde das richtig geil, wie du richtig mitfieberst und mitfühlst und wie sie nachher, ja, in diesem Tempel, wenn die komplett eskalieren, wenn sie ihr mit Molotow-Cocktails kommen und alles mögliche, wie sie dann einfach einen Wutausbruch kriegt, sich den Granaten da verpackt und sich durch die Leute sprengt und sie dann, sie dann rennt, run you ass out, I will kill you, das Hammer, ich kriege Gänsehaut, als ich das zum ersten Mal gespielt habe und weißt du, wie sie zum Kämpfer wird, das ist schon ein Aspekt von ihr. Ja, definitiv. Und deswegen wirst du draußen alleine in der Wildnis, weißt du, das alles, also das ist genau das du hast auf den Punkt gebracht. Ja, sorry. Aber hier, da fehlt es halt genau in diesem Film, also es gibt alles, was du so erzählst, es gibt immer so Andeutungen davon, es gibt so Aspekte davon, die haben da so kleine Gimmicks da reingebaut, wo du sagen, ja, das, ja, ja, kenn ich, kenn ich, kenn ich, aber sie haben das nicht wirklich ausgelebt in dem Part und das ist es halt. Das kotzt mich generell an an den Videospielfilmen, die checken es nicht, die checken ja nicht auch, was die Videospiele wiederum anspielen, sondern sie versuchen dann immer so einen Überblick, also alles, um jedes Element mit einzubauen und dann wird es einfach unstimmig. Ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es halt einfach nur ist, dass man sagt, okay, wir gehen kein Risiko ein, weil wir haben so viele Leute vielleicht die, ja, Kinokasse, Erfolg, die den Film trotzdem angucken wollen, die wollen vielleicht gar nicht diesen Scheiß drin haben, ich weiß es nicht, vielleicht wollen ja nur wir es haben, weil wir die einzigsten Nerds hier sind, die Bock auf sowas haben und die in Anführungszeichen normalen Zuschauer möchten das vielleicht gar nicht, die möchten halt einfach nur Popcorn-Kino und fertig aus. Ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Ich glaube, es gibt genug von beiden Seiten, wir müssen gucken, dass sich unsere Seite öfter durchsetzt oder dass sich das weiter vermischt. Ich denke, es gibt auch Filme, die fetzen, weißt du, ich meine, ich weiß auch nicht, Starship Tuba-Saison ist so ein Beispiel, das ist auch kein Flop, weiß es, das war schon. Der erste Teil? Das ist ein geiler Film. Ja, der erste Teil ist, ich meine, es ist halt da halt intelligent gemacht, weil Leute es auch gar nicht checken können und trotzdem Spaß haben mit dem Film. Ja, und das ist natürlich auch wieder eine Kunst, beide zu bedienen, die Leute, die es checken, aber ja. Oder Mad Max war auch ein geiles Beispiel, finde ich persönlich, also das auch. Der neue Mad Max? Eine Linie, ich fand den Film mega. Der beste Mad Max. Den Regisseur hätten sie Two-Breader machen lassen. Ja. Das hätte voll gepasst. Ey, ich will gar nicht das ganze Ding auf dem Regisseur irgendwie in die Schuhe schieben. Überhaupt nicht. Das nicht. Nee, nee, nee. Damit tun sie es nicht. Aber Mad Max, echt bester Mad Max, der neue Mad Max. Tom Hardy, beste Rolle. Ever. Der Typ, dem seine Dialoge widerspricht, Hammer. Richtig killer. Ja, voll viele sagen, ja, der hat doch gar nichts gesagt in dem Film, der ist gar nicht präsent in dem Film, aber das ist doch, ich finde, der ist so geil in diesem Film. Der ist einfach, der ist kaputt. Der ist der kaputteste von allen. Ja, alles ist kaputt. Der wird einfach nur überleben, der wird einfach nur überleben. Ja, Mann. Glaube ich, weiß er selber manchmal nicht. Der wacht halt einfach weiter. Der wacht halt einfach. Der geht, das ist Maschine einfach so, nur noch abgestumpft. Genau, das Gehirn ausgeschalten. Ich hasse euch alle, Mann. Gut. Alright. Yeah. Das war Highscore Dropout. Für diese Woche. Diese Woche. Macht's gut. Bye, bye. Bye. Highscore Dropout.